Musik Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von einer gejet-lagten Vanessa Ich habe letzte Nacht, also nicht jetzt die Nacht, sondern davor die Nacht, war mega schlimm Ich konnte überhaupt nicht einschlafen, ich lag die ganze Nacht wach Diese Nacht ging es, da habe ich ein bisschen geschlafen und bin dann um zwei wieder wach geworden Und konnte dann wieder nicht mehr schlafen, bin dann aber doch nochmal kurz eingeschlafen Und jetzt im Endeffekt zwei Stunden vor meinem Wecker aufgestanden, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte Richtig merkwürdig, aber besser so als wenn ich gar nicht schlafe pro Nacht Ja, deswegen habe ich jetzt schon vor der Arbeit komplett alles fertig gemacht Mein Vlog fertig gemacht und mich geschminkt und alles mögliche Also ich bin jetzt im Prinzip fertig, was richtig geil ist Und ja, habe mich jetzt geschminkt und jetzt werde ich wieder arbeiten gehen Ich bin zwar immer noch nicht ganz gesund, aber ich denke heute müsste es wieder gehen Ja, und deswegen geht es jetzt in die Hafenkantine arbeiten Ja So, Feierabend, erster Arbeitstag, Nacht im Urlaub geschafft Gesundheit geht so, ich bin ein bisschen trotzdem noch am sterben, aber war alles soweit okay Und jetzt gehe ich noch schnell was einkaufen und dann nach Hause Kann mir mal bitte jemand sagen, warum es irgendwie 16, 17 Grad sind Ich das nicht weiß Und ich mit fetter Winterjacke draußen rumlaufe Alter, mir ist so warm jetzt, ich sterbe Halleluja, oh Gott Okay, jetzt setze ich mich nochmal ein bisschen an den PC Und werde ein bisschen was Organisatorisches noch machen und Papierkram Und dann kommt gleich Fabio Und ich weiß nicht, was wir machen Wir haben überlegt, ob wir vielleicht heute was essen gehen, ins Kino gehen Mal sehen Oh Gott, ich kann nicht mehr Aber jetzt erstmal ein bisschen noch arbeiten Wisst ihr, was ich jetzt übrigens mal machen werde? By the way, gibt es bald Eine mega krasse Ankündigung Voll geil Ich werde jetzt, ähm Das hier Das ist momentan meine PR-Ablagefläche Ups Äh, als mein Video-Hintergrund, glaube ich, mal ein bisschen herrichten Solange bis Fabio da ist Was stimmt denn nicht? Was? 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 Sprich mit mir, was ist dein Problem? Na ja, genau, da wollte ich jetzt eine Video-Ecke machen Genau da, wo du bist Bäääu Was ist dein Problem? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Mit Schmuzi? Okay Ja So, ich hab jetzt mal Wow, warum ist das so dunkel? Ich hab jetzt mal alles da runtergeräumt Guck mal, wie ich das jetzt mache Ich hab nämlich hier Oh Gott Sachen eingekauft Mal sehen Oh Gott, ich sterbe So, das ist bisher der Zwischenstand Ihr könnt mir ja mal gerne eure Kommentare dazu schreiben Was ich da machen kann Verändern kann Noch dazu machen kann Oder so Ich weiß es nicht Aber ich zeig euch mal, wie das aussieht Wenn es leuchtet Das nämlich ist ganz süß So Sieht das Ganze aus Ich find das eigentlich ganz süß Aber ich weiß nicht, ob Ich vielleicht hier noch was draufstellen soll Oder da Oder ob das schön ist mit den Lichterketten Oder ob es so viel ist Oder ach Gott, ich hab keine Ahnung Schreibt mir mal bitte eure Kommentare Ich weiß es nicht Wisst ihr eigentlich, dass Nala Oh, Nala Fabio liebt Zeig das doch jetzt mal, wie sehr du ihn liebst Hier nicht die Kamera Auf Kommando, ey Die sind immer am schmusen, die zwei Und sie schmusst ihn immer Jetzt pass auf Warum hörst du auf? Was ist da los? Mach weiter Ja, warte Na, na, na Jetzt, vielleicht mach ich kurz auf Du bist so ein Smoozer-Katze Warte Irgendwas stimmt dir nicht Warum werde ich nicht das muss? Vielleicht muss der Laptop mit mir Oder Mama Vielleicht Mama Nee, Mama auch nicht Warum nicht? Warum will niemand es wissen? Vielleicht doch der Fabio Oh ja, der schöne Arsch, mir schau so her Neue Runde? Neue Runde Ihr seid so süß, ihr seid so heiß, so süß Nala ist einfach die schmusigste Schmuse-Katze auf der ganzen Welt Stehens Neue Runde? Neue Runde? Wo soll ich smoozen? Oh, Baby Sie liebt das Und dich Die liebt mich wirklich Ich hab Mama Wie sie postet Wie sie dich einfach immer anschmust mit ihrem Kopf Oh, ist die Kamera an? Oh, ich schmuse Nein, das macht sie noch viel mehr, wenn die Kamera aus ist So, warte Einmal Mama versuchen Hm, nee Lieber Fabio Guck her Sie muss kurz einmal gucken, was da im Sofa ist Einmal Lage checken So, immer wieder Einmal drehen Und andere Seite Oh, Vorführeffekt Warte, warte, warte Ich mach mal nichts So, Leute Guckt euch mal diese Dame an Guckt euch die an Diese Frau sagt immer zu mir Ich würde viel zu schick rumlaufen Und sie läuft immer rum wie der letzte Asi Ja, kannst du mir nicht erzählen Dass das nicht in der Regel so ist Kannst du dich mal bitte umdrehen Und ich kann kurz präsentieren Und den Leuten zu zeigen, dass das überhaupt nicht wahr ist Nein Komm Nein Komm Ich geb nicht auf Weißt du, was ich mir vorgenommen hab Nämlich Bleibst du es sehen Was hast du dir vorgenommen? Sonst hab ich immer ne Sporthose an Und Ne Nudie Ja, und? Ich habe mir vorgenommen Ich warte Kannst du die dazu anziehen? Nee, oder? Mhmmm Es geht Es würde gehen Weil die halt so Gräulich sind Halbwegs Achs, was sonst Zieh die an Zieh die so was sonst an Ich habe mir vorgenommen Ich habe mir vorgenommen, dass ich auch Guck mal, weil Entweder Bin ich halt in Chill-Klamotten So wie ich gerade beschrieben hab Oder in Arbeitsklamotten Ja, und weiter Und ich habe mir vorgenommen, dass wenn jetzt mal sowas ist wie jetzt, dass wir weggehen Dass ich dann auch mal, so zum Beispiel, ich habe so viel Schmuck, dass ich mal wieder mehr Schmuck trage und so Und Ja, dafür ist es ja da, ne? Ja Und zwei andere Sachen anziehen Spricht da gerade Vanessa mit mir? Nein Oder ich erkenne dich gerade nicht wieder Brenn die Brillen Normalerweise hieß es bei dir, bei mir gibt es nur das Laberklamotten Ja, ist ja auch eine Und jetzt sagst du zu mir, wenn wir mal rausgehen, möchte ich mich mal auf meinen Schmuck vergehen Ich habe nicht gesagt, dass ich mich schick mache Aber das ist einfach mal was anderes anziehen Warum trägt man Schmuck? Ach Ja? Weil man nicht schick sein will, ne? Ja, wir können Ich wollte nur auf dich Ich bin fertig Gut, okay, tschüss Tschüss Oh, Knutzi Knutzi Autos So Leute, wir sind jetzt essen Wir sind in der Stadt beim Thüringer Hallo Baby Und was hast du? Thüringer Schnitzel Und ich habe Krüstchen Also auch im Prinzip Schnitzel, man braucht was Ich bin ein kleiner Korinther, weil ich ja in Thüringen groß geworden bin Und ich bin jetzt mal gespannt, ob die das wirklich drauf haben Der Laden heißt der Thüringer Dann teste du mal Kinozeit Tom Bruder, ich bin mega gespannt auf den Film Und wenn wir Glück haben, kommt da Fabio Oh, das ist nicht Fabio Na, so peinlich Ich dachte, das wäre Fabio Okay, wenn wir Glück haben, ist das jetzt Fabio Ich habe einen Film gerade so und sagte so Wenn wir Glück haben, ist das Fabio Und ich filme voll drauf und dann kam einfach so eine Frau Und ich so, das ist nicht Fabio Aber das ist Fabio Freust du dich? Ja, los Ja, ich bin doch schon dabei Ich lauf doch, guckst du Ich laufe Und ich verliere meine Socke ebenso Kennt ihr das? Ich habe nur noch halbe Socke Was machst du denn schon wieder hier? Ich bin Fitness Trainer Ich studiere Fitness Ökonomie Ich bin nicht bei McDonalds Ah, deswegen Kein Kuchen Du bist ja in der Bio Ja, natürlich Los, bitte Schnee, schnee, schnee Hallo Ich hätte gerne Ein Stückchen Schokoladenkuchen Ein Stückchen Schwarzseller Kirsch Ja Dann ein Schokomuffin Ja Und ein Muffin mit Nutella Ja Oh Gott Ich habe mich extra hübs gemacht für euch Für mich nehme ich nicht Nein Oh, ich zoome Versehen nicht Also, wir sind schon eine Weile wieder zu Hause Wie fandest du Lemovi? Hm, ich auch Kino Reif Also Den kann man sich ruhig mal im Kino angucken Das ist ausnahmsweise mal ein Film, wo es sich lohnt ins Kino zu gehen Stimme ich zu Ja Ich war sehr negativ voreingenommen Weil ich die ersten beiden Tom Rider Filme mega gerne mag Also meine ganze Kindheit war Lara Croft Auch die PC-Spiele und alles Ich habe es geliebt Und gesuchtet Und deswegen dachte ich mir Ein neuer Tom Rider Film, der nicht mit den ersten zwei zusammenhängt Und ohne Angelina Jolie Ich weiß nicht Aber Also das hat mich auch immer noch gestört Aber der war trotzdem Gut Und ich fand die Schauspielerin hat trotzdem ihre Rolle ziemlich gut gespielt Ja Das hat schon gepasst Aber das ist trotzdem ein großer negativer Aspekt bei mir Das ist Angelina Jolie nicht mehr die Schauspielerin Ja und dass das quasi total unabhängig von den ersten beiden Filmen ist Das liegt einfach daran, dass ihre Brust jetzt gemacht sind und nicht mehr echt Weil sie sich die Brust abnehmen lassen hat, weil sie Brustkrebs hatte Achso Dann komm her Nein Du? Hallo? Ja wie auch immer Also er war auf jeden Fall trotzdem gut Also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und darüber noch stimmt Ich würde sagen, man kann ihn auf jeden Fall angucken im Kino Ja Kann man auf jeden Fall Können wir jetzt endlich Grace weiter gucken? Wir haben noch etwas vor Kuchen essen Ja Kuchen essen Wir haben uns Kuchen bei McAfee geholt Und was studiere ich nochmal? Mhhh How to get fat Mhhh Ja Bachelor Ich bin schon Master drin Haha Ich auch So Okay Ich bereite das vor Ich geh ins Bett Okay tschüss Also wir werden jetzt den Vlog Dies Halt dies auf Den hast du dir bei Lara Von Lara Von Lara Croft abgeguckt hier ne Aber ich bin trotzdem stärker zu Ich hab auch keine Lust Weil der Drang nach Kuchen ist stärker als du Okay Tschüss Bis morgen